ok probleme gina wird hart aber naja ich als eril ja main erschaffen ich werde versuchen soviel und dienst also also wie es geht so gut er hat mich auf jeden minuten umstrafen ich kann halt naja nicht feiten das ist jetzt anknüpfen oder minuten ich habe schon schlecht naja egal das ist besser als wenn du die ganze zählt die sind aus dem fikt naja klein alle games hat schwach aber das hat immer so der Twitch muss halt nur bis Schienen farmen ich habe schon einen guten Postbreak am besten noch den Hammer F**k falsch ist na egal dann lasst du ihn zwischen den ich bekomme na egal WHAT warum w-w-warum Tower Drive in die warum mein ganze Team ist einfach jetzt schon mal gestorben ich stehe eh lo hell oh I stand resolution nice getrutscht ich hab mein Schienen ich fand's gut dass ihr hier grad nicht angegriffen habt das ist nicht du bist 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 aber fun das du bist ich bin das du bist verkackt ich bin halt ein godlike spieler ich wusste es schon von anfang an gut dann gehört weniger cool dauerzeins entsprung na gut jetzt hat es einen sprung gehabt ok jetzt hat der flash raus get your game on es ja ich ja 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 Ich geh jetzt schon tief in Sterex an, weil das keiner schaue Hm. das hat er verkackt. Das hat er halt richtig hart verkackt. Was ist das? Was sag ich genau, ich brauche. Ich brauche keine Pots, ich bin nur zu gut für Pots. Meine Bedeutung ist nicht nur genau, aber total nicht. Oh du denkst! Hier! Das Mini hätte sonst so viel Schaden gemacht, ich muss das dann. Ich werde dir nicht schlafen. Ich werde dir nicht schlafen. Ich werde ihn nutzen. Autsch! Mit Precision! Na, das wird eigentlich wiederholt haben Ich nehme ne Gehl Wir wollen ja ein Wett sein Wofür finden wir ja ein Wettler Ich habe Teleport und wir haben... ...Trinity Nice Control Ward Di 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 Hehehe Hi Hehehe Ach, macht einfach... Boah Es macht einfach Spass wieder Reel da zu spielen Holy Shit Vergessen Hallo 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 Hier Irgendwas ist gemacht aus mir Ich bin Bottling da rein Ich bin Bottling da rein Ich bin Bottling da rein We should get the game on Und zwar Nein Mabium sollte ich nicht Ich bin 위에 Nebel Schlag zu lassen Geht es nicht lässt es gehen Der Sani ged汁et wird vergewaltigt Ionia So ist der Titel Der Sani ged汁et wird vergewaltigt Pass auf Wow Nice Wow I will not falter Ow Guck echt zu wenig auf den Knack zur Zeit Also zu wenig Borderline, ich guck immer nur bei mir zu kurz Geworteten Busch rein und danach Scheiß ich hatte keine E mehr ab Fuck it Aber der hat echt mehr Schaden gemacht als ich gedacht Ja Na gut ich hab auch keinen mehr mehr aber trotzdem Ja gut wär ich auch in Nerelia am Ende, dann hätt ich das gewonnen Ja Ow Unlucky Na gut Nice 5-1 Irelia Second time I'm playing Irelia 5-1 Easy game Again Can't beat the Irelia in late game Sorry I can't speak English We have this late game so was von Can't you say That Ghostblade Mmm Boosted Justice Guides us Justice Guides us They will not prevail Yeah Scheiße You have slain In anime No 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 Irelia makes so much fun Get your game on Get your game on It No 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 braucht wenn wir spielen wenigstens als team ich meine ich konnte ihn da auch wollen wir machen ich meine ich habe die matten sogar von die to gemacht als war hier ein teamfight Es ist so lang. Es ist so lang. Ich kann so viel damage. Did you come on? Come on. Ow. Run away. I will not follow you. Thank you Twitch. Bastard. I will not follow you. I will not follow you. I will not follow you. What is going on? You are going on. I will not follow you. No. Ach der Scheiß Alter, was war das für ein Booster-Flash? Alter, ich hab einfach mal 1, 2, 1 dieselben Stats wie Ari. Nice, nur wenn ich halt das Beste in Farmen hab, obwohl ich eigentlich nie so gut in Farmen bin. Also ich war immer scheiße in Farmen. Oh, ich wollte grad sagen, ich bin der Beste in Farmen, aber wir hatten da ein bisschen mehr. Oh, mein Team fiel wieder rein. Oh, mein Team fiel wieder rein. Aht, mein Team fielde rein. Das ist, alter. Das ist echt nice. Nostarovski ist full tank. ich habe echtkeit ich habe echt keine mn und weil ich eine kinder tun benutzer und meine kinder tun habe ich in blauen im vergang magie resistenz sondern text überlegt euch mal warum weiter wolf den schon lange und mehr angriffe mehr platz und gegenstecks x4 der platz weil ich hier noch mit platz racer weiß aber meine meinung das heißt und mit live video 2 so nah so nah dran hat hier den gratis game sein das gehört das ist ein geräusch was du bist lauf jedes mal und dieses ekelhafte geräusch ich will not Okay. Check in minions oder wards. Ja gut, das war sowas nur noch flasht. Warum bin ich nicht rüber geflasht? Au! Wuh! ZZ Gott! Yes! Ah! Get your... Get your fucking game on! Ah! 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 Das war's für heute. oh mein gott das ist nicht bei jedem tut das wäre sonst langweilig ich kann ja nicht langweilig sein aber trotzdem langweilig weil die nutzten es gibt ein fick drauf okay ist eben im clown train aber trotzdem ich habe mir einfach von 5 waren mit diesen items enttäuscht mich hat einfach keinen balls im gegensatz zu mir because i am pixart joshi and i am absolutely flawless ist auf kindred man hat das gemacht ich habe mir die jana vor ihm die sonne hat gestorben Oh Was ist das wieder auf Detekt? Das wissen wir nicht Nein, es ist auch egal, war ich schon wie jetzt randuins Denn sind die Grits auch nichts mehr wert Also das ist pur und zu süß halt Aber es macht so viel Spaß Oh, der rennt einfach den vierten Schuss rein So, er wusste Wobei, ja stimmt, er wusste, dass die sind beim nächsten Schuss sterben Und der wusste auch, der ist wahrscheinlich auch wie ein Baller Also hat er sich lieber in die Bühne gestellt Also, ich hab ja nicht geflankt, ja? Ich und Flame Ja gut, aber witzig, ich heiße nichts, Ola Mach doch mal die Augen auf, ne? Ja, ich wollte Wurde ja nicht mehr sonst so mien Und diese Pussys haben einfach nur ein bisschen gewidmet Nein, ooooh Ich hab einfach kein Mana mehr Ich spalle mein Kühl einfach nur raus Wie ich kein Mana mehr hab Und sie das zu verkaufen Was einfach mal Ich glaube, nach Runden sollte ich nicht, äh, die, novelle Zeit nicht Die, die titanische Hydra ah nice feed can you please scoop s5 can you please feed s5 schade ich wollte nicht mit einem flashblower auf ihn drauf kommen aber das ist das so gefährlich er weist wo die worte stehen und dann da rennt die pussy weg nein jawohl Get your game on! Ich glaube die gegen den Atom ist Ich kann schütt'r So ein Glück ist, dass ich in vorne bin Tja man, Twitch spielt rein Alter, Twitch ist fast full item, und ist immer noch useless as fuck What the fuck, man Ich meine, die Sorgen hat dir einen Pik genommen, wo du einfach nur W drücken musst, ja Einfach die ganze Zeit wehen, und trotzdem verkackst du dich Mit den Hyping, da gibt es einfach keinen Sinn I stand resolute Oh, hallo Er riecht ja still The main Alter, was ist das Was ist das für ein Champ Geil Oh, hallo Get your game on Oh, hallo Oh, hallo Oh, hallo Stay sharp Oh, hallo Was ist das? so dass die leute jetzt einzeln reingehen obwohl der tank gestorben ist ich hab genau wo 420 stand genau raufgeguckt irgendwie passiert das mir andauernd das ist immer wenn irgendwo 420 steht ich genau unter diesen section raufgeguckt auf meine uhr ich stehe immer sogar 420 auf keinen sinn es macht einfach keinen sinn ist einfach mal wenn dem 420 aufspielen und dann ab ins rankt mal wieder ein team eigentlich immer scheiße sein muss ich so kann es fliegen von mir und und also mein team ruiniert gerade das spiel wir haben das stärkere late game wir haben es einfach was denkt mein team was ist ein slate game das habe ich noch nie gehört man ging ja einzeln rein ich kann das machen ja Wie kann Naari in einem nah gewonnen Grund werden? Wie kann Naari in einem nah gewonnen 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 werden? Wie kann Naari in einem continuity- Auf Wiedersehen.